Hallo, das ist Robobox28 zu GTA V Singleplayer und ich bin vorbereitet für die Mission Jetzt Ah Jetzt wird es hinten nicht nochmals sterben Gib dich zum Mephla bogen Wie machen wir das am besten? Da fahren wir Queerfield ein Du bist eine bessere Idee Das fällt ja gar nicht auf dem Lashock Queerfield ein Ich will nur mal schauen, dass er nicht kaputt geht Uh Lachen Ich will nicht das nicht aufhalten, dass man einfach hier den Wagen klaut Zum Glück kommt der Zug nicht gerade Aber geht ihre Mission hoffentlich gerade weiter Ist gut Oh Oh, wir haben es geschafft! Leicester, der mein Leicester, Mann! Wir haben uns das militärische Hardware. Er ist zurück in meinem Büro. Okay, Trevor, äh... Trevor, äh... I'll let you know when the score is happening. Keep me in the loop, bud! We have a civilian and need of assistance on, um... on Godfrey Boulevard. No, verpult. Ja, dann würde ich sagen, Mann sieht sich in der nächsten Folge wieder.